Es ist noch zu früh, um dunkel zu werden. Oh nein! Ein Sonnensturm! Sera? Freunde? Oh, Petri nicht wohlfühlen? Oh nein! Spikey auch! Und ich erst! Ich vermisse Littlefoot! Nein! Petri! Petri! Hilfe! Beeil dich, Spikey! Schnell da! Freunde? Hilfe! Ein Sonnensturm! Ah! 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 Du willst doch wohl nicht etwa wieder da rausgehen? Das ist ein Sandsturm, falls du es nicht gemerkt hast. Meine Freunde sind noch da draußen. Tja, dann solltest du lieber hoffen, dass sie auch einen Unterschlupf gefunden haben. Du verstehst das nicht. Sie sind nur meinetwegen in dieser Gegend. Tja, aber wenn du jetzt da rausgehst, dann nützt du deinen Freunden herzlich wenig. Du kannst nur abwarten, bis sich der Sturm gelegt hat. Nein! Du kannst nur abwarten, bis sich der Sturm gelegt hat. Ich bin zu öffnen. Du kannst nur abwarten, bis sich der Sturm gelegt hat. Du kannst nur abwarten, bis sich der Sturm gelegt haben. Nein, er lebt noch. Du solltest wirklich auf die Erwachsenen hören. Du musst wirklich auf die Erwachsenen hören. Ah! Ducky? Spike? Petri! Wer ist das? Spike? Wieso schleifst du dich von hinten an mich an? Und wo ist Ducky? Ich bin hier. Gut. Und was ist mit Petri? Der Wind hat ihn mit sich mitgenommen. Na toll. Dann werden wir ihn wohl suchen müssen. Was ist mit Littlefoot? Er ist bestimmt schon ganz weit weg. Ich wette, er hat den Sturm verpasst. Tja, also ich weiß nicht. Also ich schon. Na los, suchen wir Petri. Der Sturm hat hier alles mit Sand bedeckt. Wo geht's lang? Ähm, äh, da lang. Ich glaube, das ist nicht richtig. Nein, nein, nein. Ich sage, es ist richtig. Los, kommt. Petri! 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 Wo ist er? Ja. Wo ist er?